Diese Motorräder, diese Motorräder haben auch noch eine Bremse, also in der ganzen kleinsten Klasse AKBM und TV50, da gibt es noch eine Bremse, ab der Klasse 85 Kubik ist da mit Schloss, da gibt es dann keine Bremsen mehr, an den Speedway Motorrädern bis hin zu 500 Kubikzentimeter Klasse. So, jetzt haben wir dabei Rot-Paul-Weißheit, die Startnummer 34, dann Magnus-Gaumlaugen 38 und Weiß, Len-Juris-Rixen, die 53 und Geld, wieder Thomas, die 35. Und wieder Thomas auf Rang 3, davor haben wir Paul-Weißheit und dann vorne ist es Magnus-Gaum und auch hier haben wir Len-Juris-Rixen. Ja, da sind wir dann mal auf die Zeit gespannt, weil das sieht schon recht flott aus, dass der Magnus-Gaum-Gaum-Bahn geringt und noch hat er eine Runde Zeit. Magnus-Rau und Blau vor Paul-Weißheit in Rot, gelten wieder Thomas und bald den Juris-Rixen. Magnus-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum-Gaum. Das ist drei Punkte für blau Magnus-Rau, zwei Punkte rot, baue Weißheit, ein Punkt, geld wieder Thomas ohne Punkt. Vielen Dank.